Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil 6 mit der kleinen Liz. Hallo! Und ja, wir spielen immer noch mit Ada weiter. Oh ja. Jaja, das tut sie. Achja, es gab ja mehrere Adas. Also abgesehen davon. Ada Wong bewegt sich nach Süden zum Hafen. Ich muss ja machen eine Party für mich. Und ich bin noch nicht mal da. Das ist reiner Neugier. Oh, war die Kamera schon immer so nah? Weiß ich nicht. Wir haben gerade, ich habe gar kein Interface. Vielleicht, weil ich noch nicht gezielt habe. Ah, jetzt, genau. Wie? Ich bin enttäuscht. Oh. Da war bestimmt was, ich habe es noch nicht gesehen. Das denke ich allerdings auch. Ich habe übel Bock in die ganzen Lücken hier zu rennen, aber ich glaube, das hatten wir damals mit Chris auch schon an der Stelle. Und zu Chris hat das ganze Zeug geklaut. Mann, Mann, Mann. Das ist dunkel. Agent Kleineschel, kommen Sie bitte. Ei. Ich brauche sie doch. Hahaha. Als ob. Lügt doch nicht. Ich bin überflüssig. Absolut. Ja, ja, ja. Ich will hier jetzt erstmal rutschen gehen. Das ist mein Job. Weeeee. Jetzt geht die wirklich rutschen. War nicht so lustig, war überhaupt nicht lustig. Äh. Was ist das hier für ein komischer Panda? Geht das denn jetzt hier schon wieder lang? Hier, ich, also... Hä? Irgendwo da rüber. Ah, hier. Hier, 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 hier. Ja. Ich will grad fragen, ob der jetzt wirklich über die Rutsche gesprungen ist, aber... Haha. Nein, ich bin vorhin nur über dem... Hä? Weitere. Musst du Magic machen? Ja. Okay. Weeeee. Pfff. Oh nein, ein Gegner. Was, was machen die? Was machen die? Warum können wir das nicht? Aber echt, ey. Das wäre mal was Sinnvolles. Äh, drüber gestolpert. Ja, äh... Oh Gott. Man stolpert doch... Achso. Nee, schon gut. Ich brauch mehr Muni. Na. Ich sowieso. Ein paar Kräuter? Ich weiß gar nicht, was... Ich will ganz kurz mal eben... Oh, ich hab noch ein rotes Kraut. Ich hab gar nichts. Nee. Ich dachte erst, das wär's du, wenn der wieder hergelaufen kommt. Ja, klar. Weißt du, ich bin viel hübscher mit meiner Maske. Au. Ich muss das mal eben nachladen. Hä? Na toll. Schuss verschwendet. Sehr gut. Das waren alle meine Schüsse. Ich hab irgendwie müssen meine coole Armkurs mal benutzen. Dabei gibt's zwar immer nur einen Schuss, aber das ist mir egal. Okay, was ist das? Okay, dann nehmen wir einfach die Pistola. Es ist mega dunkel hier. Es ist mega dunkel hier. Yep. Was ist das, du? Ich gibt's echt gar nichts. Ich hab immer das Gefühl, das ist so schön viel Zeug. Wo man reingehen kann und dann sowas. Na toll. Kirste. Du findest wenigstens Muni. Oh, sorry. Hab ich das ausgelöst? Ja, ist doch. Ich kann nichts auslösen. Du warst das. Ja, wo sind sie denn? Ah, da. Dann warst du's. Ach, ich hab ja nachgeladen. Okay. Ich kann weitergehen. Ich hätte gern das noch Leben gemessen. Hä? Guck mal, das sieht aus wie Erfahrungs... Das sind doch nicht so gut. Okay. Ne? Ach so. Hier standen die Pferdchen direkt rum. Das sah echt cool aus. Schick. Da sind so ein paar Figuren rumstehen. Ist doch irgendwas im Sonderangebot? Ist das offensichtlich nicht. Ist das richtig? Soll die jetzt hier schon wieder durch? Hä? Warte, hier war da irgendwo... Ach da. Glendkram. Okay. Hä? Hier ist der. Warte, hier war noch... Oh. Oh nein. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Oh, nö. Bitte nicht. Ich habe daneben geschossen. Oh. Ist ja nichts neues. Ich weiß. Wenn ich cool mit meiner Anbrust schießen will, dann brauche ich halt Unterstützung. Hä? Kannst du mal hier um die Ecke gehen? Okay. Äh, da geht's glaube ich durch. Aber warte mal. Ah ne. Schon gut. Macht mir nicht. Wuhu. Wuhu. Na ja. Ich weiß es nicht dein Ernst. Schimm. Lassen. Ekelhaft. Ekelhaft. Der verpufft sich. Und der steht da auch, oder? Wow, nicht so ein... Down. Ja. Wir müssen halt sehr dicke Erfahrungsbüte bringen. Ja, tausend. Ja. Geiler Shit. No. So. Na dann mach mal auf. Wir lassen uns hier schon wieder viel zu viel Zeit, hab ich das Gefühl. Ach, wieso? Die Kiste! Zweifelt nach Sachen suchen, da kriegen wir nur Granaten mit. Na, guck. Ist mein Agent aus der Übung, ja? Ja, ein bisschen. Ich darf ja nie was machen. Nein! Da war das eine Kiste! Ach, komm. Down! Hä, wie kommt man denn dann so... Wo ist der zweite hin? War nur einer. Oh, okay. Kommt bestimmt noch ein zweiter gleich. Oh Gott, ey. Kiste! Oh, und ein Abzeichen! Ist das mit in die Ecke? Ja, gut. Yeah! Schön. Ja, jetzt jetzt so ruhig ist, kann man, glaub ich, wirklich ganz gut die Pfeile verschießen. Na, wen haben wir denn hier? Oh, fuck! Oh, fuck! Ich hab grad geschossen, ne? Ich hör's. Ih. Down? Ja. Oh, shit. Auch nicht. Ist noch eins, oder? Wie ist es der? Nee. Ist ein anderer, oder? Okay. Oh, kacke. Jetzt ist er aber, oder? Ja. Jetzt müssen wir ihn jetzt erstmal weg. Jetzt ist er aber. Wow! Okay. Das sieht echt cool aus gerade. Ey, Mann! Toll, wir haben uns gegenseitig umgehauen. Das ist auch geil, ne? Und das ist jetzt ein weiterer, aber. Oh, fuck! Das tat mir. Down! Und... Ja. Was ist das jetzt endlich? Das ist nicht furchtbar. Oh, Mist, ich hab den nachgeladen schon. Ach, Mist, ich hab immer noch nicht nachgeguckt, wie man die ganzen Pfeile hier tauschen kann. Ich hab doch... Ih, der schwebt in der Luft. Siehst du das? Schwebt der bei dir auch? Ja. Der liegt vielleicht auf einem unsichtbaren Stein, oder so. Ah, achso. Das passiert halt ja. Ja. Kennt man ja. Mach ich auch drauf. Das ist viel, sowas. Und dann... Die Chinesen wieder. Dann sieht man's halt nicht, ne? Echt. Jaha, ich geh ja schon. So. Wie geht's wieder hoch, Dings? Sonst bestimmt, genau. Mach mal. Was? Ja. Bisschen unnötig mit dem rüberspringen. Magic! Na? Superhappenlandung! Okay. Ach, nicht der schon wieder, oder? Der ist neu, oder? Nee, der hat uns über die Boote verfolgt. Ach, ja. Ach, natürlich. Wir haben ja auch schon mal gekämpft. Wir hatten schon mal einen besiegt sogar. Äh, echt? Aber ich glaub, als Chris und Pierce oder so. Ja. Nee, genau. Der hat uns über die Boote... Also ja, ich mein generell auch nicht. Oh fuck. Oh Gott. Das wird doch schon über nichts. Ich dachte nicht, dass das mit denen auch noch passieren kann hier. Wie elegant. Gut, dass du uns immer aus der Affäre schießen musst. Ja, wie gut, ne? Nee. Das erspart mir einiges. Ja, mach bloß nichts falsch. Bloß keinen Druck. Wir werden es nur eine Weile sehen. Ja, ich springe es bohren. Wir haben so viel weiter vor mir. Was soll denn das? Du bist einfach zu lanza. Oh. Ich hätte rutschen können. Oh Gott. Du kannst rutschen. Nee, konnte ich nicht. Ich bin zu blöd für... Im Sprint rutschen. Mach's das schon. Warum benutzt du das nicht die ganze Zeit und machst dich hier zwei Stre... Straßen? Warum springst du da runter? Ah. Die hat also die ganzen Türen verbarrikadiert. Was denn das? Hilft uns jetzt? Warte, ich mach die Tür mal auf. Ach nein, kann ich ja leider nicht. Oh. Diese... Leuchte-Sterne hier immer. Kamera. Oh, oh, oh. Ich gehe. Tschüss. Oh nein, das klingt doch schon wieder... Wie hart wird denn hier so? Äh, die Typen da unten. Ich will da nicht runter. Sollen wir sie von hier oben? Mach's das gut. Guck mal, die hängen einfach auf dem Boden dann fest. Es sind nie noch welche. Ach, hier ist noch eine. Herrgott, jetzt stirbt doch. Oh. Ach, Mist. Ja, die Vorhersage von den Bewegungen sind auch ein bisschen schwer für mich. Oh, ich hab einen erledigt. Einen. Das klang so nahe gerade. Sehr gut. Ich war direkt unter uns. Oh, okay. Die liegt doch noch, ne? Jep. Jetzt nicht mehr. Und der hinten auch noch? Ey, ist... Ist er da rum? Ist er da rum? Ich sag, wir gucken erst mal, oder? Ja, ich geh runter. Ja, ja. Die steht jetzt auch nicht... Ah. Da steht auf jeden Fall ein grünes Kraut. Ach komm, ich mach die jetzt mit... 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 mit Nahkampf, wollte ich sagen. Na komm. Mist, das gibt's doch nicht. Der hätte doch treffen müssen. Ey, ich bin grad zu blöd zum Schießen, na? Junge, wo hast du die Axt her? Du hattest gerade eine Axt in der Hand. Wo hast du die her? Warum benutzt du die nicht immer? Gute Arbeit. Ich verschwind hier grad voll meine Pfeile, ne? Ja, deswegen bin ich runtergegangen, ähm... mh, ne? Und so. Awww. Äh! Oh, nimm noch nichts, genau. Hast du das Kraut genommen, was da hinten irgendwo auf dem Tisch noch stand? Was? Hier hinten irgendwo... Ah! Oh mein Gott! Ein Kraut! Dass ich das noch erleben darf. So, und jetzt guck ich direkt ins Inventa... Oh, ich hab sogar... Dann kombiniere ich die beiden doch direkt mal. Ist ja jetzt nix, ne? Ich hab grad aufgerüstet. Äh... Ja, ich geh mir eben die Waffen durch. Ich wusste... Hier sind noch Kisten. Hier sind noch Kisten. Zählen wir doch nichts von Kisten! Tja. Mit Erfahrungspunkt immer toll. Naja, das ist jetzt nix! So. So. Hier noch ein bisschen nachladen. Das hat man ja endlich mal ein bisschen... Oh, da kann auch noch eine rein. Tschuck, tschuck, tschuck. So. Okay. Darf ich denn? Ausnahmsweise. Glaube ich. Vielleicht. Och, Mann. Meins! Oh, ja. Ich tier. Oh, wo kam der denn her? Der ist eingeschlichen, ne? Mit seiner Kettensäge. Tja, nicht ausste... Oh, ja, genau. Ach komm. Verarsch mich doch nicht. Man sollte sich nichts nehmen, was einem nicht gehört. Ach komm, Ada. Hör auf rumzummen. Ah! Sinne, du sollst da hoch. Du kannst da nicht hoch. Okay. Schade. Schade, dass du da nicht hochkannst. Da kommt der gleich hinterher. Hier? Jep. Fuck! Ja, kämpf gegen ihn, ne? Kannst du bitte... Ich wollte wirklich weg ran, aber ich würde auch den Tod angucken, ne? Ja, natürlich. Oh, wie traurig du bist! Ich wär nicht... Ich hab nur Angst um mich. Das ist auch ein Nichts ohne mich. Man sollte sich nichts nehmen... Okay, also du lockst ihn hoch. Sehr gut. Du warst was, du warst was gut. Ich geh einfach. Das ist ja auch irgendwo rübergeslidet, ne? Ach, hier stehen doch Kisten. Kacke! Hallo! Oh, fuck. Ich sollte nicht hinter dir herrennen. Ah! Oh. Hä? Hat der sich geportet? Der ist einfach nur nach oben gesprungen. Und hier war er kurz nach da und dann war er wieder weg. Warum kann der sowas? Ich will sowas auch können. Ah! Oh! Jetzt aber noch einer. Oh, warte. Der ist ja kleiner. Oh, vorsichtig! Ich will nicht, dass mein Agent stirbt. Mhm. Wieso? Ist der direkt hinter mir? Ja. Ja. Upsi! Ist ja weniger schön, ne? Oh, fuck! Junge! Lauf! Ha! Nicht gegen den Pfeiler! Ich halte die erstmal ein bisschen hier auf. Ein bisschen. Hä? 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 Nicht ins Menü! Nicht ins Menü! Kacke, 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 kacke! Ach ja, schönes Ding hier. Ja, ich glaube, das ist ein Kreis. Ich mach mal die kleinen ein bisschen. Ja, okay. Oh, oh. Oh, oh. Ja, bleibt aber nicht stehen. Oh, fuck! Manchmal rastet er halt einfach aus. Und dann ich halt mit ihm nur ein bisschen so gegeben. Also hier hinten liegt ganz viel Moni. Ja, ich hab's mal hier. Oh, fuck! Ja. Mir fällt's auch raus. Bei Gelegenheit, ne? Hm. Oh! Ah! Hm. Ich hab' das Gefühl, ich bin hier nicht gut aufgehoben. Ich sollte gehen. Och. Oh, schön, der näht die einfach alle nieder. Oh, fuck! Junge! Wir sind alle ein bisschen angespannt gerade hier. Jep. Ein bisschen. Durchaus. Mach' ich ihm überhaupt Schaden? Ich geh' erstmal kurz hoch. Bist du auch hoch? Oh, du bist auch hoch. Vielleicht sollte ich nicht hochgehen. Ja. Hä? Ist grad nicht gemeint. Huh! Junge, nicht nachladen! Wegrennen! Ist er down? Boah, der ist aber down. Ich hoffe. Ich bin jetzt erstmal ausgerastet. Was ist mit dir denn los? Achso. Jetzt aber. Hat der keine Erfahrungspunkte gebracht, sag mal? Nope. Boah. Wozu auch? Wir sind doch fähig genug. Wir brauchen keine Erfahrungspunkte. Hm. Na gut. Doch einmal normale. Ne. Nee. Das war nur daneben. Na, ist der Pitta. So. Quasi mit einmal Verlust. Oh, ich mag es, wenn sie Tür aufmacht. Da sieht man immer so viel. Was? Oh ja. Da lohnt sich doch ein zweiter Blick. Ach Mist, jetzt haben wir die Kisten da hinten vergessen. Ach egal. Na toll. Na ja. So ist das halt. Lauf mal schneller. Ja. Hä. Was? Ah. Nicht überhaupt nicht? Du hättest nach vorne gucken müssen. Mh. 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 Ja. Einmal durch bitte. Ja. Wir haben es verstanden. Komm. Nein. Oh, geil. Lass nach vorne gucken? Ja. Ich glaub vorne kannst du uns irgendwo hinwinsen. Oder? Zur Seite einfach so. Hin und her. Was? Was? Ich kann die ganze Zeit hin und her springen und gehen halt so ein bisschen ausweichen dadurch. Oh fuck, echt jetzt? Ach so. Hat gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Er ist auf weg oder was? Ja, was mach ich denn jetzt hier? Könnte mal einer sagen, was jetzt hier... Ich bin die ganze Zeit um den Bus hin und her? Au. Okay, hä? Wir fahren jetzt vorne zurück? Ja. Lass mich durch, lass mich durch! Oh fuck! Wow! Nein! Was? 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 Das ist echt geile Tode hier. Was ist denn da los? Was ist denn da los?